Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Und wir schauen mal, was wir so reißen können. Das Match fängt sogar gleich an. Hoffentlich haben wir gute Mitspiele. Schauen wir mal. Geisel, okay. Schon mal gut zu wissen. So, wer will denn was spielen? Machen wir halt mal den hier. Und schauen, wie es so läuft. Wir werden das Team übrigens ein paar Runden haben, weil ich ein bisschen im Voraus aufnehmen muss. Also gewöhnt euch dran. Falls das hier kein A verlässt, spielen wir mindestens drei, vier Runden oder so. So, und jetzt schauen wir mal, wie denn die erste Runde läuft. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Okay, die sind oben. Ich fahr heute ein bisschen Müll zusammen. Geisel gesichtet. Erstmal schauen. Oh, do you come böse? Ach, das war unser Kumpane sogar. Ja, das hat er super hingekriegt. Die war ein bisschen unglücklich geworfen. So, komm, spielen wir erstmal hier wieder Rook. Das lief ja nicht so gut. Aber vielleicht können wir es noch reißen. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Erstmal hier zumachen. Die Klappen weitergeben. Gegner Drohne hat die Geisel lokalisiert. Auf alle Bevorbereiten. So, dann machen wir hier noch zu. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Bandverstärkung abgeschlossen. Why are you shooting each other? Find it. Tür gesichert. Bereite Willkommensmatt vor. In diesem Bereich ist ein AVS aktiv. Nicht in die Schusslinie des AVS geraten. Welche Willkommensmatt ein. AVS ist platziert bereit und bereit. Okay, ruhig bleiben. Ziel lokalisiert. Okay. 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 Da haben wir den Kill gesnackt. Aber immerhin. Wir haben gewonnen. Das ist wichtig. Jetzt müssen wir nur noch erfolgreich angreifen. Noch ist alles drin. Dann lokalisieren wir mal. Okay. 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 Die sind unten. Mhm. Und Einsatz trotzdem freigegeben. Okay. 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 Ein riesiges verdammtes Loch. So, der hat jetzt Pech. Einer Druck hat Gegner eliminiert. Ich bin mal gespannt, ob da noch einer nachkommt, aber ich glaube nicht. Oh doch. Na dann geht's los. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Das Team ist relativ gut. So, das ist schon mal das Wichtigste. Dann stellen wir da das Schild rein. So. Lade nach. Lade nach. Schauen wir mal, ob wir welche sehen. Keine Sorge mehr wegen der Granaten. Schauen wir mal. 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 Das darf nicht wahr sein. Woher hat er mich gesehen, bitte? Ja, natürlich. Natürlich. Okay, ich hoffe die machen das. Schauen wir mal. Ich habe mal eine ungünstige Position gerade auf jeden Fall. Oh, das war aber auch knapp. Hallo. Ja, das ist ja schön. Oh. Da hat das Seil nicht mehr gehoben. Okay, jetzt wird es bitter. Ich glaube, die holen die Geisel. Das ist sicherlich. Also. Nice, da waren es nur noch zwei. Komm schon, das holt ihr. Das ist irgendwo rechts. Wenn er jetzt damit die Geisel tötet. Das schafft er nicht mehr. Selbst wenn er die Geisel kriegt. Ich leiste Hilfe, wir sind da getroffen. Die Geisel wurde getötet. Was? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Die Geisel wurde nicht getötet. Wir haben die gerade aufgehoben. Okay, das ist ein scheiß... ...verpacktes Game. Also ganz ehrlich, die Gegner waren tot. Wir hätten doch noch die Geisel aufheben müssen, die war nicht tot. Das ist frech. Muss ich ehrlich sagen. Das wäre schon der Sieg gewesen. Okay, dann spielen wir halt länger. Geisel gesichtet. Oh. Na dann. Komm ich hier irgendwo raus? Eher nicht. Ich fahre hier gerade ein bisschen verwirrt rum. Ich fahre hier gerade ein bisschen verwirrt rum. Einsatz in fünf Sekunden. Geisel entdeckt. Sichtkontakt mit Feind. Sichtkontakt mit Feind lokalisiert. Zweiter Schock. Jesus. Ich habe eine EMP-Granate geworfen. Geräte werden ausgeschaltet. Ich habe eine EMP-Granate geworfen. Feinde, zweiter Schock. Ich kann jetzt mit dem Dronen gehen. Ich habe das Dronen. Ich habe eine EMP-Granate geworfen. Fuck. Ich dachte, ich könnte sie mit der Granate ablenken, aber da habe ich mir mehr Schaden gemacht. Mist. Jetzt gewinnen sie das wahrscheinlich auch noch. Das wäre richtig fies. Oh, der war schön. Den hat er nämlich noch nicht gesehen. Das war's dann. Hier sind auf jeden Fall beide da drin. Das schafft er nicht mehr. Und jetzt haben wir echt verloren. Das darf nicht wahr sein. Absolut nicht nachvollziehbar. Naja, wir starten mal die nächste Runde. Für euch ist das jetzt ein Cut. Also schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, haut rein. .